Ist das dann gut? Kommen dann die Zuhörer noch mit? Du meinst, weil wir, wenn wir Traumzucker gegessen haben, viel zu schnell reden? Ja, wenn wir dann so total exaltiert reden. Dann holst du dich selbst beim Reden ein und redest schneller, als du denkst. Ging mir ja schon auf den Cannstatter Vasen so. Aber das war die Hitze, oder? Ich habe gemerkt, dass ich das mal langsamer und spreche deutlich. Okay, ich mache eine kurze Einleitung. Mein Mund ist noch voll. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass ihr dabei seid beim Podcast zu meiner Reportage Feindbild Journalismus, Pressefreiheit quergedacht. Ich bin heute im SWR-Funkhaus in Stuttgart. Hier ist zum einen natürlich das SWR-Fernsehen. Zum anderen sitzt hier auch ARD aktuell, die für Formate wie die Tagesschau oder die Tagesthemen produzieren. Und meinen heutigen Gesprächspartner könnte man auch von diesen Formaten kennen. Mir gegenüber sitzt Thomas Denzel. Hallo Thomas. Hallo Felix. Wir sind Kollegen, daher sind wir schon eine Weile beim Du angekommen. Kannst du den Hörerinnen und Hörern mal kurz deinen Job erklären? Was machst du hier im Haus? Also ich bin Autor bei ARD aktuell, hast du schon erwähnt. Das ist eine Redaktion beim SWR, die aber so ein bisschen Sonderstatus hat. Da sind sechs, sieben Leute, die ausschließlich fürs nationale Programm arbeiten, der ARD. Das heißt, wir berichten aus Baden-Württemberg für die Tagesschau, für die Tagesthemen und die anderen Nachrichtenformate der ARD. Also auch Morgenmagazin, Mittagsmagazin und so weiter. Wir schreiben teilweise auch Artikel für die Tagesschau-Seite. Wir machen Insta-Stories und so weiter. Alles mit Geschichten aus Baden-Württemberg fürs nationale Programm. Und du stehst auch vor der Kamera. Genau, davor und dahinter. Das ist nämlich auch Grund, warum ich auf dich zugekommen bin. Du hattest vor der Kamera auch ein weniger schönes Erlebnis bei einer Querdenken-Demonstration. Für die, die den Film noch nicht geschaut haben, kannst du uns mal kurz erzählen, was du am 3. April 2021 war das, auf der Querdenken-Demo in Stuttgart erlebt hast? Ja, da war ich mit einem Kamerateam, also mit einem Kamera- und mit einem Tonkollegen unterwegs. Und wir hatten eigentlich vor, Beiträge zu machen, geschnittene Beiträge. Das heißt, Arbeit hinter der Kamera, Interviews mit den Leuten, da Bilder von der Veranstaltung drehen. Und dann danach nach Hause gehen, in den Sender und einen Beitrag drausschneiden. Dann kam aber auch der Auftrag, ob wir nicht auch kurz live schalten können. Das heißt, du stellst dich vor die Kamera und erklärst im Interview, was gerade vor Ort passiert. Gab es da einen Grund dafür, dass ihr dann plötzlich live gehen musstet? Oder ist das normal, dass das einfach so mal im Tag rein passiert? Na, das war ja nicht für die Tagesschau selbst, sondern das war für das Programm Tagesschau24. Das ist das 24-Stunden-Programm von der Tagesschau, Digitalprogramm. Und da ist es eben so, dass die gerne auch mal spontan Interesse haben an einem Ereignis und das noch nicht schon am Tag vorher sagen. Und das ist auch die Form, live zu berichten, kommt da etwas häufiger vor als in der Tagesschau, weil es natürlich da auch mehr Möglichkeiten gibt auf diesen langen Strecken über Stunden hinweg, über den Tag hinweg. Und die Entscheidung, jetzt live was zu machen, ist auch deswegen gewesen, weil es eine Entwicklung gab. Man wusste ja vorher nicht so recht, wie viele Leute nehmen an der Veranstaltung teil. Und dann waren das, wenn ich mich noch richtig erinnere, um die 15.000 Teilnehmer, was dann ein Grund war zu sagen, okay, da sind jetzt so viele Leute, wir machen da jetzt auch was live. Und dann bist du live vor die Kamera dann gegangen? Genau, also das ist dann ja mit Ansage gewesen. Ich glaube, wir hatten eine halbe Stunde Zeit vorher. Und das war auch gut so, weil gerade bei so einer Großveranstaltung muss man dann erstmal einen Platz finden, wo man das machen kann. Es ist eigentlich nie ratsam, das mitten in der Menge zu machen, weil das weiß man, das hat man ja auch, glaube ich, auf YouTube schon oft gesehen. Es gibt dann immer ein paar Leute, die es witzig finden, im Hintergrund Faxen zu machen oder aber vielleicht sogar aggressiv gegen Reporter vorzugehen. Das ist ja auch keine typische Querdenken-Sache, sondern das passiert ja immer wieder mal. Und mindestens mal, um nicht gestört zu werden bei der Arbeit, ist es dann gut, vielleicht dann ein bisschen an den Rand zu gehen. Und auch aus einem anderen Grund, weil man da dann vielleicht auch so ein bisschen mehr sieht von der Veranstaltung im Hintergrund der Position, wo man dann steht. Ihr standet, wenn man sich das vorstellt, wenn man den Cannstatter Wasen nicht kennt, das ist ein riesengroßer Platz in Stuttgart, in Bad Cannstatt, in dem Stadtteil. Du hast schon gesagt, 15.000 Menschen ungefähr waren damals da. Ihr standet da auf so einem Podest. Man kann das auch sehen im Hintergrund, sieht man auch so Teile von dem Platz. Und dann seid ihr live gegangen. Und was ist dann passiert? Also es war kein Podest, also nichts, was wir uns aufgebaut haben, sondern das klingt vielleicht wie so eine Bühne oder so, die wir uns da hingestellt haben. Wir haben einfach einen höheren Punkt gewählt. Das ist am Rand dieses Geländes so, dass die Straße etwas höher ist, so zehn Meter höher vielleicht, acht bis zehn Meter höher als der Platz selbst. Und da ist auch eine Straßenbahnlinie, die an dem Tag nicht befahren wurde. Da haben wir uns dann auf das Gleisbett der Straßenbahn gestellt. Und noch während wir aufgebaut haben, wir haben so etwa zehn Minuten gebraucht, inklusive Ton- und Bildprobe, hat sich da eine Gruppe von Menschen formiert, so zwischen fünf und zehn Metern entfernt von uns. Da war noch ein Zaun mit einer Hecke zwischen uns und diesen Leuten. Die haben sich aber ganz unerfährlich verhalten. Die waren ruhig und es war auch nicht klar ersichtlich, ob die zur Veranstaltung gehören oder ob die auch einfach nur aus privatem Interesse gekommen sind, um zu schauen, was passiert jetzt gerade hier auf diesem Platz. In dem Moment, als wir mit unserer Live-Schalte angefangen haben, wurden die plötzlich laut. Die haben dann Sachen skandiert wie, ihr seid Dreck, haut ab, wir wollen euch nicht hier. Und ein Mann hatte auch ein Megafon, also es wurde dann sehr laut. Es war dann für mich nicht mehr klar, ob ich überhaupt noch verstanden werde von dem Kollegen, der mich da aus Hamburg interviewt hatte. Habe nachgefragt, habe erfahren, dass es wohl okay ist, habe dann weitergemacht. Also es ist natürlich ein bisschen schwierig, dann so gegen den Lärm anzusprechen, aber wenn man weiß, man hört mich noch, dann ist es okay. Und dass das natürlich auch beleidigende Dinge waren, die da gerufen wurden, das habe ich einfach versucht zu ignorieren. Ich hätte da auch wirklich bis zum Schluss weitergemacht, aber dann sind wir beworfen worden. Ich habe einen Gegenstand gesehen, der schlug dann hart neben meinen Kamerakollegen ein und dann flog irgendwie noch als zweites, das war aber weiter weg. Und dann habe ich einfach gedacht, man weiß nicht, ob das jetzt noch schlimmer wird, ob noch mehr fliegt, ob auch die Tatsache, dass wir weitermachen, die Leute geradezu dazu provoziert, noch mehr zu werfen. Ich habe auch mehr Verantwortung als nur für mich selbst. Ich habe ja auch eine Verantwortung für meine beiden Kollegen, die standen mit dem Rücken natürlich zu diesen Leuten. Das waren Kameramann und Tonmann, oder? Genau. Und da die ja mich ins Bild nehmen und diese Leute eben so standen, dass ich sie sehen konnte, standen eben meine Kollegen so, dass sie natürlich diese Leute nicht gesehen haben. Die hätten also auch nicht ausweichen können, wenn nochmal was fliegt, weil die das einfach nicht gesehen haben, was da passiert. Und dann habe ich einfach Schluss gemacht und das dem Kollegen in Hamburg auch gesagt. Wir hatten, glaube ich, drei oder vier Fragen schon durch, hätten aber noch zwei oder drei gemacht. Das heißt, wir konnten halt nicht so arbeiten, wie wir das eigentlich machen wollten. Als ich dich am Anfang gefragt habe, ob wir dieses Interview machen, da warst du gar nicht mal so arg begeistert von der Idee. Kannst du mir erzählen, warum das so war? Ich finde es wichtig, dass wir über das Thema sprechen. Es ist, glaube ich, keine Lappalie, was da passiert ist. Insofern finde ich es gut, dass wir das jetzt machen. Nicht begeistert ist vielleicht auch das falsche Wort. Es hat mich natürlich über die Monate ein bisschen ermüdet, immer wieder darüber zu sprechen. Aber das ist auch falsch. Ich finde, man muss das Thema immer wieder ansprechen und ich finde es auch verkehrt, in den Vordergrund zu rücken, dass uns nichts passiert ist bei diesem Vorfall. Weil es eben ganz klar aus meiner Sicht ein Angriff auf die Pressefreiheit ist. Wir konnten unsere Arbeit nicht machen und diese Leute hatten ja offenbar auch das Ziel, uns unsere Arbeit nicht machen zu lassen. Das habe ich auch daran gesehen, als wir abgebrochen hatten, wurde es sofort sehr ruhig. Also gab es für die Leute dann gar keinen Grund mehr, uns zu beleidigen oder niederzubrüllen. Zweck der ganzen Aktion war offenbar, dass wir mit dem, was wir gerade tun, aufhören müssen. Und auch wenn du jetzt schon so oft darüber geredet hast, umso glücklicher bin ich, dass wir miteinander darüber sprechen. Denn wie du auch gesagt hast, Querdenken ist auch jetzt, wenn es keine Corona-Maßnahmen oder fast keine Corona-Maßnahmen mehr gibt, nach wie vor ein wichtiges Thema. Erst letzte Woche, man muss sagen, es ist jetzt Ende Juni. Wurde Deutschland nämlich im Ranking der weltweiten Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen schon wieder herabgestuft. Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren. Mittlerweile sind wir da auf Platz 16. Und das hauptsächlich auch wegen der Übergriffe auf JournalistInnen bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Wenn ich so an meine Drehs denke auf solchen Demos, da muss ich gestehen, zumindest beleidigt wurde ich immer. Ich war jetzt auf sechs, sieben, vielleicht acht Demos. Am Anfang hieß das noch Hygienedemos. Da hat man das noch nicht mit Querdenken in Verbindung gebracht. Da ist der Name noch nicht so aufgetaucht. Hast du schon andere Übergriffe, als die bei deiner Schalte jetzt auf dem Vasen miterlebt? Sei es auch, wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur verbale Übergriffe sind, wie Beleidigungen? Für mich ist es ein bisschen schwierig, eine Entwicklung in Deutschland jetzt irgendwie zu erzählen. Ich war fünf Jahre lang im Ausland, in Südafrika, als Korrespondent. Und ich kam im Januar vor diesem Ereignis im April vergangenen Jahr zurück. Ich war vorher nie auf einer Querdenken-Demo gewesen, mit anderen Worten. Und ich bin danach auch jetzt zufällig nicht, weil ich das nicht mehr wollte oder so, aber zufällig nicht mehr auf solchen Veranstaltungen gewesen. Erlebnisse in Südafrika tun dann jetzt natürlich auch zur Entwicklung in Deutschland nichts zur Sache. Da gab es natürlich auch immer wieder mal brenzlige Situationen, aber das ging eigentlich immer gut aus. Wenn ich an Deutschland denke, dann denke ich vor allem an Stuttgart 21, die Proteste gegen das Bahnprojekt in Stuttgart. Und da haben wir, nicht nur ich, auch Kollegen, Kolleginnen, Anfeindungen erlebt. Da ist auch der Begriff Lügenpresse wieder gerufen worden. Da wurde dem SWR speziell unterstellt, dass er die Regierungsposition vertritt und interessanterweise sowohl als wir noch eine CDU-geführte Regierung hatten, als auch nach dem Regierungswechsel und dem Moment, wo wir dann Ministerpräsidenten Kretschmann von den Grünen hatten. Da gab es auch Situationen, wo es hitzig wurde, wenn man eben mit dem Team unterwegs war, in der Menge bei den Leuten. Sei es, dass man selber verbal angegriffen wurde, physisch angegriffen wurde ich nie. Sei es, dass Interviewpartner angegriffen wurden. Also wir haben zum Beispiel jemanden interviewt, der eine Proposition für das Bahnprojekt eingenommen hat. Dann haben das Leute bemerkt, die drumherum standen, weil wir waren an diesem Bauzaun. Und das waren Gegner, wie sich herausstellte. Und dann ist da erst eine hitzige Debatte entstanden und dann sind die sich beinahe an den Kragen. Also solche Dinge habe ich schon vor vielen Jahren erlebt, mit anderen Worten. Und es gibt ja auch wissenschaftliche Arbeiten, die jetzt gerade gemacht wurden, wo der Frage nachgegangen wurde, ob jetzt da Verbindungen bestehen zwischen den beiden Bewegungen, ob es da Überschneidungen gibt oder nicht. Oder ob einfach nur diese Haltung, die damals entstanden ist, als grundsätzliche Haltung in einem völlig anderen Milieu jetzt sich wieder zeigt. Und das ist natürlich auch eine interessante Frage. Es ist, glaube ich, nicht so eindeutig zu beantworten. Wie ist es denn mit Übergriffen bei deinen Kollegen in der Redaktion? Kriegt man sowas mit? Redet man über sowas generell? Wird darüber gesprochen? Ja, natürlich. Das ist auch wichtig, denke ich, dass man darüber spricht. Und es wird mehr gemacht, als nur darüber gesprochen. Wir werden vorbereitet auf solche Einsätze. Ich war zufällig genau eine Woche vorher auf einem Workshop, wo es um Reaktionen auf Aggressionen bei Großveranstaltungen geht und wie man solchen Situationen vorbeugt, wo man vielleicht dann angreifbar wird. Und vor meinem Einsatz als Auslandskorrespondent wurde ich auch geschult. Da ging es zwar mehr so um Kriegssituationen oder kriegsähnliche Situationen, aber da gab es schon auch Tipps für, wie gehe ich mit Aggressionen einer großen Menge um. Und in der Redaktion sprechen wir natürlich auch, bevor wir auf solche Veranstaltungen gehen, drüber und erinnern uns nochmal daran an all die Punkte, die wir gelernt haben und wie wir das am besten machen. Wir gehen immer nur mit Sicherheitsleuten auf solche Veranstaltungen. Das ist natürlich ein bisschen traurig, aber ich denke vernünftig mittlerweile. Das war auch eine Maßnahme bezüglich Querdenken-Demos damals, die getroffen wurde vom SWR, oder? Wir hatten alle Leute dabei, alle Kamerateams, die da unterwegs waren. Aber das war nicht neu. Das war nicht neu an diesem Tag. Und es war auch nicht neu, als die Querdenken-Veranstaltungen aufkamen, sondern meines Wissens, aber ich war, wie gesagt, im Ausland meines Wissens, ging das schon viel früher los. Und zwar in Reaktion auf Ereignisse, Vorfälle, anderswo in der ARD. Und ich meine, das war eine Reaktion auf Vorfälle bei Pegida-Demonstrationen. Und dann gab es die generelle Überlegung, ob das Sinn macht, bei Großveranstaltungen mit Potenzial einer Eskalation Sicherheitsleute mitzunehmen. Das ist ja schon ein krasser Zustand, wenn du vorgegeben bekommst, dass du jetzt nur noch mit Security auf so eine Demo kannst. So in Bezug auf unsere Pressefreiheit ist das doch ein krasser Einschnitt, oder? Wir müssen halt schauen, dass es nicht zu einer Behinderung unserer Arbeit führt. Und das ist meiner Ansicht auch nicht so, sondern die Leute halten sich im Hintergrund. Die schotten uns ja auch nicht von den Teilnehmern der Demo ab. Man will ja mit denen auch sprechen. Die sind einfach mit dabei. Die gucken, was hinter unserem Rücken passiert, wo man keine Augen hat. Bevor man irgendwo hingeht, würden sie sich vielleicht melden, wenn sie den Eindruck haben, man sollte jetzt genau an diese Ecke gerade nicht gehen, weil da sich gerade irgendwie eine Menge zusammenfindet, die aus Sicht der Sicherheitsleute Störer sind oder was vorhaben oder so. Die haben einfach einen anderen Blick. Und die melden sich auch nur zu Wort, wenn sie meinen, sie haben jetzt was zu sagen. Insofern, das geht schon, finde ich. Ich meinte jetzt auch nicht unbedingt die Security als Einschränkung in der Pressefreiheit, sondern die Tatsache, dass du die Security brauchst. Dass du dorthin gehst in einen Bereich, wo potenzielle Störer sind quasi. Das ist doch eigentlich eine Katastrophe. Das ist traurig. Und wenn es zu Vorfällen kommt, die dazu führen, dass du nicht arbeiten kannst, dann ist es natürlich ein Eingriff und ein Schlag gegen die Pressefreiheit. So wie in meinem Fall. Da kannst du noch sagen, ja, drei, vier Fragen hat er ja noch geschafft. Er hat ja vorher auch noch ein bisschen drehen können und so, ja. Aber wir konnten nicht machen, was wir machen wollten. Und es ist, solange sowas nicht passiert, natürlich auch okay, mit Sicherheitsleuten auf die Veranstaltungen zu gehen. Und damit kannst du noch frei arbeiten. Aber was du meinst, ist, nehme ich mal an, die potenzielle Gefahr, dass du eben trotz dieser Begleitung, die du hast, möglicherweise an bestimmte Orte eben nicht mehr gehst. Zum Beispiel, weil sie sagen, geht da besser nicht hin. Und dann eben nicht die Leute triffst, mit denen du eigentlich reden willst. Und das ist natürlich schon schwierig. Und ich vergleiche es jetzt ungern mit einer Kriegssituation. Aber ich meine, das ist genau dasselbe. Es gibt auch in Bürgerkriegs- oder Kriegssituationen natürlich Momente, wo du nicht an die Orte kannst, wo du eigentlich hin müsstest, um tatsächlich selber zu sehen, was passiert eigentlich. Und im Sinne einer authentischen Berichterstattung und sozusagen der Wahrheit auf der Spur. Da sind wir natürlich noch lange nicht angekommen, wenn wir jetzt von solchen Demos sprechen. Vor allem auch, weil was mir passiert ist, nicht andauernd und jedem passiert. Und weil meiner Meinung nach auch bei Querdenken, Demonstrationen der Großteil der Leute ja auch nicht gewaltbereit ist. Gewaltbereit heißt ja, also Gewalt muss ja nicht immer physische Gewalt sein. Es können ja auch Beleidigungen sein, Hassreden auch. Wie hast du die Rhetorik auf solchen Demos wahrgenommen? Als völlig absurd. Also wenn ich jetzt meinen konkreten Fall nehme, das war ja völliger Blödsinn, Lügenpresse zu rufen. Oder haut ab, wir wollen euch nicht. Wenn ich da stehe und in dem Moment gerade gefragt werde, was für Leute haben sie getroffen, warum nehmen die teil? Und ich sage dann, naja, das sind ja nicht nur Leute, die die Existenz des Virus anzweifeln. Das sind ja auch Leute wie, ich habe Eltern getroffen, die gesagt haben, wir finden das traurig, dass unsere Kinder kein normales Leben oder Schulleben mehr haben. Wir finden die Maßnahmen zu streng. Oder ich habe eine Frau getroffen, die ist Unternehmerin gewesen in einem Feld, wo sie dann jetzt eben kein Geld mehr verdienen konnte. Die stand vorm Ruin. Das sind ja alles Motive, gegen die Maßnahmen zu demonstrieren. Und in dem Moment, wo ich das erzähle, wird mir vorgehalten, im Grunde durch die Rufe, dass wir, dass ich oder die ARD oder die öffentlich-rechtlichen Sender hier nicht die Wahrheit berichten. Absurd, ja. Und natürlich macht mich es auch besorgt, weil wenn die Leute das tatsächlich glauben, dann haben sie ja nicht verstanden, dass der Reporter, der da steht und live berichtet, zum Beispiel auf keinen Fall seine Meinung äußert. Wir trennen ja da ganz strikt zwischen Meinung und Bericht. Ich werde auch nicht nach meiner Meinung gefragt. Und wenn jemand kommentiert in den Tagesthemen, das heißt ja heute auch Meinung und nicht mehr Kommentar, dann ist es als Meinung gekennzeichnet. Ein Kommentar hat ja auch schon klargemacht, dass es sich um eine Meinungsäußerung handelt. Also hat es überhaupt keinen Sinn, den Reporter niederzubrüllen, aber dass Leute tatsächlich denken, dass er angebracht ist, zeigt, dass sie das alles nicht verstanden haben. Und dass sie das Vertrauen in unseren Sender verloren haben, in unsere ARD oder in die Öffentlich-Rechtlichen und viele andere Medien auch. Und das ist schade, weil wir in Deutschland in einem Land leben, wo wir den Luxus haben, aus vielen verschiedenen Medien uns zu informieren, aus vielen seriösen Medien, die trotz allem dir verschiedene Perspektiven ermöglichen auf dasselbe Thema. Und das würde ich ungern verlieren. In gewisser Weise bist du ja als Vertreter der Öffentlich-Rechtlichen dort ein richtiges Feindbild. Wie gehst du damit dann um, wenn du da vor Ort bist? Unterhältst du dich mit den Leuten, auch wenn sie dich beleidigen? Ignorierst du die? Also wenn Leute nicht aggressiv werden und sich so benehmen, dass du Angst haben musst, dass du physisch verletzt wirst, und die wollen mit mir reden, dann rede ich natürlich mit denen. Das ist ja klar. Dafür bin ich ja auch da. Ich bin ja auch da, weil ich antworten will, warum sind sie gekommen, was bewegt sie, warum sind sie gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Und konkret an dem Tag lief das ja auch sehr gut. Die Menschen haben mit uns gesprochen. Wir waren ja, bevor wir diese Live-Schalte gemacht haben, wirklich mitten unter diesen 15.000. Da hat uns niemand bedroht, da hat uns niemand beleidigt. Hat auch noch nicht mal irgendwer gebrüllt, von einer Ausnahme abgesehen. Und es haben in etwa so viele Leute mit uns reden wollen, wie bei einer normalen Umfrage in der Fußgängerzone. Die, die nicht mit uns reden wollten, haben das zum Teil damit begründet, dass sie sagten, wir reden nicht mit der ARD, aber jetzt in einem ruhigen Ton. Das war alles vollkommen okay. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Leute zum Teil positiv überrascht waren, von wie sehr wir uns für ihre Geschichten interessiert haben. war mein Eindruck, dass vielleicht der ein oder andere das von der ARD nicht erwartet. Also, dass da Vorurteile bestanden. Und es gab eine Situation, die war wirklich hochinteressant. Wie gesagt, einmal wurden wir doch angebrüllt, stand ein Herr neben uns und ist uns ziemlich heftig angegangen. Und das hat nicht lange gedauert. Dann kam eine Frau aus der Menge auf ihn zu und meinte, die war offenbar auch Querdenken-Anhängerin und hat zu ihm gesagt, er soll uns doch in Ruhe lassen. Wir wären ja nur hier, um unsere Arbeit zu machen. Seine Antwort war, Moment, du scheinst nicht zu wissen, wer unsere Feinde sind. Und sie sagt, haben wir doch keine, also ich sehe auch keine, außer vielleicht dich, weil jemand, der sich so benimmt, der schadet dem Ruf unserer Bewegung. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Und hat mir sehr deutlich gezeigt, dass man natürlich die Teilnehmer der Querdenken-Demonstrationen nicht alle über einen Kamm scheren. Das war noch ein bisschen Balsam für die Seele eigentlich, das so mal eine Gegenstimme zu hören, oder? Es war ja bis dahin auch nichts Negatives passiert. Also dieser Herr, der da uns so anbrüllte, der war ja die große Ausnahme. Du hast gerade gesagt, ein Grund könnte sein, dass Leute das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Medien verloren haben. Haben wir als Journalisten da einen Ansatzpunkt, dieses Vertrauen wieder zu gewinnen? Natürlich. Also wir müssen einfach uns an unsere Standards halten, wie wir das bisher hoffentlich auch immer getan haben. Wir trennen Meinung und Bericht und wir versuchen, so gut wie möglich zu informieren. Und ich finde nicht, dass wir uns darüber hinaus in irgendeiner Form an irgendwem anbiedern müssen. Wir machen Programm für alle und wir machen Programm auch für die Leute, die Corona-Schutzmaßnahmen kritisieren. Es gibt ja auch genug Berichte bei uns, die mit dem Thema kritisch umgehen. Wenn es allerdings dann so ist, dass man uns gar nicht mehr guckt und trotzdem der Meinung ist, dass wir nicht ausgewogen berichten, dann ist man relativ machtlos. Und ich meine, es gibt da relativ viele Leute, die schon gar nicht mehr prüfen, ob die Vorwürfe, die sie da eben erheben oder miterheben, gemeinsam mit den anderen, ob die auf unser Programm tatsächlich zutreffen. Kann man die dann überhaupt noch erreichen? Das ist eine schwierige Frage. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir machen Programm für alle. Ich glaube, wenn man unser Programm guckt, dann sieht man auch, dass wir genügend Diskussionsanstoß geben in alle Richtungen. Wo übrigens auch unsere Meinungskommentarbeiträge in den Tagesthemen natürlich einen Beitrag leisten. Die sind das Diskussionsanstoß gedacht. Die einen finden sich wieder, die anderen reiben sich dran und sorgen hoffentlich dafür, dass Leute anfangen, über Sachen zu reden und Meinungen auszutauschen. Und andere nehmen es als mutmaßlichen Beweis dafür, dass die öffentlich-rechtlichen Medien nicht neutral über Corona-Bericht erstatten. Das hat nämlich Michael Ballweg gesagt, nachdem ein Kommentar von Reinhard Becker vom SWR gelaufen ist. In dem Moment warst du aber gerade ziemlich beschäftigt, als das passiert ist. Ja, ich stand da nicht in der großen Menge in dem Moment. Ich habe also auch nicht die Reaktionen so genau mitbekommen. Ich habe allerdings jetzt nochmal geguckt und den Mitschnitt gesehen, um mir nochmal in Erinnerung zu rufen, was da genau passiert ist von der Bühne runter. Und das fand ich ganz interessant. Vorab vielleicht aber nochmal eins. Also natürlich ist ein Kommentar oder die Meinung, wie es jetzt heißt in den Tagesthemen, eine Meinung. Das soll es auch sein. Und keine einerseits, andererseits. Also das wäre ja völlig verfehlt, wenn wir jetzt sagen, hier kommt jetzt die Meinung von Reinhard Becker in dem Moment und er sagt dann, man kann es so sehen, man kann es aber auch so sehen. Und wie ich es sehe, sage ich nicht. Manchmal kommt es auch vor, es ist dann aber eigentlich verfehlt und langweilig. Es gibt auch in der Zeitung die Kommentarschwalde und da sagt man auch seine Meinung und jeder weiß es und damit ist es in Ordnung. Und es muss nicht die Mehrheitsmeinung sein. So, jetzt aber bei Reinhard Becker war interessant, dass dieser Kommentar bei der Veranstaltung gezeigt wurde, was vollkommen okay ist. Finde ich, dafür sind die ja da, dass sie dann öffentlich auch debattiert werden. Der wurde aber nicht ganz gezeigt. Auch das finde ich vollkommen okay. Man kann kürzen, das machen wir auch im Fernsehen, im Radio, in der Zeitungsberichterstattung, dass wir uns auf die Kernsätze fokussieren, wenn wir Leute zitieren. Wunderbar. Es ist nur die Frage, wie man das macht, ob man da den Sinn entstellt. Und das ist jetzt meiner Meinung nach da passiert, weil der Kommentar lief bis zu dem Punkt, als Reinhard Becker sagte, auch nach dem Ende der Pandemie wird sich die Menschheit auf eine neue Art des Lebens einstellen müssen. Also ich habe es jetzt nicht wortwörtlich in Erinnerung. Und er durfte dann nicht mehr erklären, was er damit meint. Das kam dann nicht mehr. Er hätte nämlich danach noch gesagt, er findet, dass wir mehr Sorgfalt untereinander den Menschen gegenüber brauchen und dass wir mehr Sorgfalt der Umwelt gegenüber brauchen. Das waren dann interessanterweise genau die Sätze, fast wortwörtlich, die Michael Ballweg danach sagte. Und als die Position der Querdenken-Bewegung dem Kommentar von Reinhard Becker gegenüberstellte. Das fällt für mich schon unter Manipulation. Und was ich auch interessant fand, ist, dass er davor noch den angeblichen Jahresverdienst von Reinhard Becker genannt hat, was eigentlich nichts zur Sache tut, aber vielleicht zeigt, dass es nicht vorrangig um den Inhalt des Kommentars ging, sondern vielleicht um ganz andere Dinge, nämlich Stimmungsmahe. Geschätzt. Geschätzteres Einkommen. 600.000 hat er gesagt. Ja, also ohne Quelle quasi. Zum Abschluss. Ich stelle mir oft die Frage und ich weiß auch, dass es in unserer Redaktion auch gerade zu Beginn oft im Raum stand, die Frage, wie viel Bühne wollen wir dieser Bewegung oder solchen Bewegungen eigentlich geben? Klar, auf der einen Seite kommen da 10.000, 15.000 Menschen zusammen, das ist wichtig. Auf der anderen Seite sieht man da offensichtlich, und die habe ich auch selber gesehen, verfassungsfeindliche Symbole und Schriften. Das erzeugt ja nur mehr Aufmerksamkeit. Das ist doch ein furchtbares Dilemma. Was macht man da? Als öffentlich-rechtliches Medium. Also du würdest jetzt in Frage stellen, ob das okay ist, von einer Veranstaltung zu berichten, wo verfassungsfeindliche Symbole gezeigt werden und ein Forum zu bieten, sozusagen. Genau, ein Forum zu bieten. Es ist natürlich wichtig, darüber zu berichten, wenn das große Veranstaltungen sind, aber am Anfang, gerade am Anfang von Corona, wurden ja auch von kleineren Demos auch immer wieder Auszüge im Fernsehen beispielsweise gezeigt oder im Radio gezeigt. Und ich war irgendwann an dem Punkt, an dem ich ein bisschen genervt davon war, wo ich mir dachte, schon wieder Querdenken. Vor drei Tagen wart ihr im Programm und jetzt schon wieder. Und prinzipiell sind es die gleichen Floskeln, die man immer hört. Wie oft sollen wir noch darüber berichten? Das zeigt ja eigentlich nur, was die Querdenken-Bewegung gar nicht sieht. Nämlich, dass die ARD oder die Öffentlich-Rechtlichen sich auf keinen Fall vorwerfen lassen wollen, dass sie über eine möglicherweise relevante Bewegung nicht berichtet haben. Und dass sie irgendwen aus der Berichterstattung ausgeschlossen haben. Aber es ist tatsächlich schwierig und ich finde auch, dass man natürlich schauen muss, wie viel Neuigkeitswert hat es, wenn man eine ähnliche Veranstaltung eine Woche später schon wieder macht. Man kann das inhaltlich festmachen, wenn man guckt, worum geht es laut Anmeldung nächste Woche, gibt es da irgendwie einen neuen Aspekt. Man kann es an der Größe festmachen. Und jetzt konkret zu unserer Veranstaltung, bei der ich gewesen bin, ist es ja tatsächlich so gewesen, dass wir auch anfangs erst mal gesagt haben, wir machen das, aber wir machen es jetzt nicht riesengroß. im Programm, aber wir erwähnen, dass es stattgefunden hat. Wir machen auch keine Live-Berichterstattung zum Beispiel bei Tagesschau 24 und das hat sich dann erst am Tag selber entschieden. Und es gab dafür zwei Gründe. Der eine Grund war, dass es dann eben sehr viel mehr Teilnehmer waren als ursprünglich gedacht. Und es ging noch um den Punkt, dass, wie wir ja dann gesehen haben vor Ort, die allermeisten Teilnehmer keine Maske getragen haben, obwohl das eigentlich Bedingung war bei der Veranstaltung. Ganz kurz, der SWR war mit drei Kamerateams da. Das weiß ich, weil ich zu einem dieser Kamerateams gehört habe. Und das war nur für die Berichterstattung des SWR. Die ARD war ja noch mal gesondert vor Ort, wenn ich das richtig weiß, oder? Naja, so kannst du es auch nicht sagen. Also jetzt gehen wir in die tiefen Details. Also wir hatten auch den Auftrag mit unserer Kamera Bilder zu machen, die dann alle verwenden konnten natürlich. Also wir haben ja da keinen Exklusivitätsanspruch. Die ARD ist ja eine Konstruktion aus all den Rundfunkanstalten. Und wir als ARD-aktuelle Mitarbeiter beim SWR gehören ja zum SWR und wir helfen uns auch gegenseitig. Das ist ja klar. Das heißt, die Bilder, die ich gedreht habe, sind genauso auf unseren Servern aufgelaufen zur Verwendung für alle. Was ich sagen wollte damit, wir haben große Geschütze aufgefahren an dem Tag. Ach so, ja gut. Aber das war auch richtig so. Also vor allem in dem Moment, wo, wenn du weißt, dass die Veranstaltung überall im Stadtgebiet erst mal losgeht, an vielen Orten, von da aus sich dann in Bewegung setzt, man nicht so genau weiß, wie die tatsächlich laufen, ob sie sich an die Vorgaben halten oder vielleicht eine andere Route nehmen. Und es ist ganz profan einfach so, dass wenn du sicherstellen willst, dass man die Bilder dann auch kriegt, damit man überhaupt berichten kann, sowohl von den stationären Veranstaltungen als auch von dem Marsch durch die Stadt, dann braucht man mehr als ein oder zwei Kamerateams. Eine letzte Frage. Wenn du jetzt gefragt wirst, Thomas, kannst du bitte morgen auf die Querdenken-Demo da gehen und da berichten? Erste Frage, würdest du es machen und die zweite Frage, würdest du mit einem anderen Gefühl hingehen als zu der Demonstration am 3.4.21? Ich würde es wieder machen. Und warum? Weil es Berichterstattung braucht von relevanten Ereignissen. Und der zweite Grund ist, dass ich ja schon damals zu dieser Veranstaltung bin, in der Annahme, dass möglicherweise was passieren könnte. Das wusste ich ja, dass anderen Leuten vorher was passiert ist. Dir ist schon mal was passiert ein paar Wochen vorher. Und bundesweit sowieso in anderen Bundesländern. Das heißt, der Respekt oder die Haltung gegenüber so einer Veranstaltung und einfach das Wissen, dass man sich da darauf einstellen muss und dass man dann eben gewisse Regeln einhält und wieder mit Sicherheitsleuten hingeht, das ist da. Und insofern hat sich dann meine Haltung nichts geändert, weil das war